Moses Lücke liebt Fußball. Dass der 12-jährige Bayern-Fan so bedenkenlos im Garten kicken kann, verdankt er 2 gespendeten Nieren, die er nach seinen Idolen Robben und Müller getauft hat. Vor 11 Jahren änderte sich für die Lückes alles. Während eines Nordsee-Urlaubs geht es dem kleinen Moses plötzlich sehr schlecht. Die Familie reist ab und geht zunächst noch von einem Infekt aus. Doch dann muss das Kind auf die Intensivstation. Man steht da, man muss da draußen warten. Man sieht nur die Ärzte da rein, raus. Und die Schwestern und das und hier und alles. Dann sind wir irgendwann reingebeten worden. Ihr Kind gibt uns Rätsel auf. Und wir so, okay. Das war schon, man steht dann schon da und weiß nicht, wo oben und unten ist. Die Diagnose AHUS. Eine seltene Krankheit, die oft in kürzester Zeit zu Nierenversagen führt. Moses braucht eine Spenderniere, um nicht jede Nacht zehn Stunden an die Dialyse angeschlossen zu werden. Eine erste Operation gelingt, doch die Niere wird von seinem Körper nicht angenommen. Eine Katastrophe für die Familie. Moses war erst vier, erinnert sich nicht an viel, außer an ein sehr wichtiges Kuschelkissen. Meine Oma hat es eigentlich meiner Schwester geschenkt. Meine Schwester auch mir. Und das bedeutet mir sehr viel. Ende 2015 dann das große Glück. Moses erhält zwei weitere Nieren. Dieses Mal nimmt der Körper sie an. Eine zweite Chance, die längst nicht alle der rund 9000 Menschen in Deutschland bekommen, die auf ein Spenderorgan warten. Der Bedarf in Deutschland ist für die einzelnen Organe sehr unterschiedlich. Aber wir bräuchten im Schnitt mindestens ein Drittel mehr Organe, als wir derzeit haben. Wenn wir an die Nierentransplantationen denken, dann haben wir eine so lange Warteliste, dass die Wartezeit derzeit acht oder zehn Jahre in einzelnen Zentren beträgt. Und hier wäre natürlich eine deutliche Steigerung der Organspende günstig, damit die Leute in früheren Lebensaltern transplantiert werden könnten. Laut Umfragen sind über 80 Prozent der Deutschen bereit, ihre Organe nach dem eigenen Tod zu spenden. Dokumentiert, etwa mit einem Organspendeausweis, haben es aber nur rund 40 Prozent. Für Familie Lücke ist das wenig verständlich. Ich finde, Organspende ist auch ein Teil der Nächstenliebe. Und wenn die Menschen das irgendwie verstehen würden oder akzeptieren würden, das wäre total schön. Das wäre gut, ja. Für Moses hat es geklappt. In ihm leben die Nieren eines verstorbenen Kindes weiter. Die anonymen Spender wollten, dass ein anderes Kind durch ihre Spende wieder strahlen kann. Das ist ihnen gelungen. Der hat Papa, der macht Sport ohne Ende, der ist total aufgeweckt, lebensfroh, hat Freunde ohne Ende. Wir sind echt sehr glücklich über seine Entwicklung.